Ich habe entschieden, die Champions League zu Dortmund zu gewinnen. Ich bin wirklich glücklich, dass ich hier passe. Ich bin heute hier, weil ich wieder die Emotionen fühle, dass ich in diesem schönen Land passiere. Ich bekomme viel Liebe für alle Fans, weil sie den Effort und die Qualität realisieren. 1996 kommt er als frischgebackener Champions-League-Sieger zum BVB. Ein cleverer Stratege durch und durch, auf dem Platz und bei der Karriereplanung. Ich spiele für Juventus und bekomme die Chance, gegen Dortmund zu spielen. Ich finde, meine Analyze über die Team und die Spieler, die Charakteristiken der Spieler, es suit mich. Ich habe die Entscheidung, mich zu kommen, mit der Idee zu gewinnen, etwas wirklich Besonderes. Ich fühle mich, dass Dortmund die kleinen Dinge missen. Sie wissen, dass sie wirklich competitiv sind. Ich habe wirklich gedacht, dass ich ein paar Dinge auf dem Team und im Klub betreut, um die Mentalität zu gewinnen. Ich fühle mich auch. Ich fühle mich sicher, dass alle wissen, warum ich nach Dortmund komme. Seit meinem ersten Tag, meinem ersten Interview hier, habe ich direkt gesagt, dass ich hier komme. Warum habe ich entschieden, nach Dortmund zu kommen? Ich habe entschieden, nach Dortmund zu gewinnen, um die Champions League gewinnen. Schon bei seinen ersten beiden Einsätzen liefert er als Joker jeweils Torvorlagen. Immer wieder aber wird er von Knieproblemen heimgesucht, muss schließlich operiert werden und fällt monatelang aus. Doch wann immer er auf dem Platz steht, präsentiert er sich als der erhoffte Denker und Lenker. Meine Verbesserung mit den Spielern auf den Fronten war unglaublich. Denn das ist schon etwas, als Spieler, als Trainer und als Trainer, ist, um wirklich gut zu verstehen, welchen typen Spielern, welchen Verhältnissen sie auf dem Platz haben, welchen typen Dynamiken und Bewegungen, wo ich die beste Verbesserung habe. Ich habe meine Fußball-Karriere begonnen. Und dann, als ich als Midfielder kam, habe ich viel besser und einfacher erfahren, wie die Spieler auf dem Platz haben ihre Neues. Und am Ende hält er Wort. Die magische Nacht von München. Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Auch ein Stück weit das Verdienst von Paolo Sosa gegen seine ehemaligen Teamkollegen. Und mit dieser Mentalität, mit dieser Beliefe. Und ich empfieh mich alle Tage. Ich war, die Woche vorhin, war es für mich sehr entschuldig für mich, weil ich mich empfiehlt durch die Medien, weil es mein früherer Klub war. Und ich musste mich auf die Spiel, auf meine Teamkollegen, auf die richtige Motivation, auf die Hoffnung in alles. Und ich denke, die andere Schläge waren, war Ottmar mit der Rieken. Wenn Marcelo Lippi hat die Entscheidung in der Halftime von Del Piero, war es ein extraer Spieler mit einer großen Kapazität, Mobilität, 1 v 1, passend, schießt, zu machen, viel mehr Probleme. Und in dem Moment, sie haben das Ziel gemacht. das Ziel gemacht. Ottmar, er reagiert, er macht eine große Entscheidung. Und unser 3er Ziel, war es, ich bekomme den Ball auf der leften Seite, immer noch den Ball, mit der Rieken. Und es war ein fantastisches Ziel. Und wir verdienen. Wir verdienen, denn in der Ende, globalisch, während der ganze Spiel, wir sehr konkret waren. Nach seinen gesundheitlichen Problemen, die ihn so oft ausfallen ließen, ist dieser zweite Champions League Triumph in Folge eine ganz spezielle Genugtuung. Die Krankenhäuser hat mir gesagt, ich muss aufzuhören, zu spielen, oder wahrscheinlich ich nicht mehr der gleiche Spieler, wie ich vorher war. Für das, zu erreichen, eine Finale, zu gewinnen, das Finale, gegen eine top-teile, wie Juventus, war sehr speziell, für alle diese Emotionen, sie kamen aus, zu feiern. Und dann, habe ich auch die Chance, ein gutes Nummer von meiner Familie, Freunde, von meiner Stadt, in diesem Stadion. Das war sehr, sehr speziell. Ein halbes Jahr später liefert er in Tokio noch die Vorlage zum 2 zu 0 im Weltpokalfinale gegen Cruzeiro. Sein letzter Höhepunkt in Schwarz-Gelb. Er kehrt in der Winterpause nach Italien zurück und spielt später noch in Griechenland und Spanien. Längst aber ist klar, dass man Paolo Sosa nach seiner aktiven Karriere als Trainer weiterhin auf den Fußballplätzen dieser Welt sehen wird. Als Trainer gibt es uns die Möglichkeit, durch andere auch die Möglichkeit zu werden. Denn wie ein Mensch, ist es bereits egocentrisch. Und ein Fußballspieler ist höher. Es ist mehr egocentrisch. Als Trainer kann man nicht sein. Man muss sich sein. Man muss sich sein Vater, man muss sich sein, ein Professor der Leben. Man muss sich die Gelegenheit, man muss sich motivieren, man muss sich vorstellen, man muss sich ein paar Dinge stimmen. Man muss sich ein paar Dinge stimmen. Man muss sich kompetent sein, man muss sich gute Sessions geben, wo sie enthousiastisch sein können und sich die Chance an die Spieler zu entwickeln. Man muss sich viele Dinge interessieren. Und so hat er inzwischen auch als Trainer in Portugal, England, Ungarn, Israel, der Schweiz, Italien, China, Frankreich, Polen und Brasilien bereits eine Weltreise hinter sich. Erst Mitte Februar hat er jetzt den italienischen Erstligisten Salernitana übernommen. Dortmund aber wird in seiner Vita immer einen ganz besonderen Stellenwert einnehmen. Und ich fühle mich, meine Leben, ich habe links, wahrscheinlich mit dem Universum, mit bestimmten Klubs, wie Dortmund. Weil ich konnte nach einem anderen Klub in der Zeit mit viel mehr Ausführung, auch für meine Karriere, wie Arsenal, Manchester United, diejenigen, die mich in der Zeit und ich habe eine Entscheidung, weil es eine Entscheidung war, wo mein Freund mir gesagt hat, dass du da musst, 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 du da musst. Ich denke, hier gibt es einen Link. Und Klubs, wie Dortmund, du dir unterstützen, und du dir helfen, zu erreichen. ein klubes Ziel zu Hause, ein bisschen, ein paar Jahre bis zum wo es,